Was ist das, was wir am längsten gelebt haben, gar kein Bild gemacht? Das müssen wir fix noch machen. Das sind die Automaten, wo wir gestanden haben. Die sah so hier aus. Drei Busspuren. Ja, und da hinten auf der kompletten Seite hier drüben, da sind die Jungs, die leben wahrscheinlich mehr oder weniger hier, muss ich sagen. Und ja, ich tue es, als ob ich hier nochmal kurz rumlaufe. Die Waschräume, da hinten sind die ganzen Kameras. Prozessen sitzen drunter. Das muss jetzt nochmal schnell gemacht werden. Unsere Rest Area von San Francisco. Jetzt geht es ab nach San Francisco. Jetzt setzen wir unsere Salzing-Tour fort. Und ja, hier drüben, das sind dann die Parkplätze für die Leute, die mehr oder weniger hier leben. Also, die schlafen in den Autos drüben, haben das beobachtet. Drei oder vier Tage waren wir hier gewesen. Wir haben uns ja wieder unseren Platz erkämpft hier. Das ist der schwerbeschädigste Platz. Gleich neben den Snack- und Kaffeeautomaten. Den mussten wir mal in der Hauptgeber, wo wir so spät gekommen sind. Und ja, das Ding ist abends voll und ein Treiben hier, wo man sich sagt, was machen die hier an den ganzen Tag. Also, man sieht sich in San Francisco. Tschüss. 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 Vielen Dank.